Hallo, willkommen zum chaotischen Tag des Dooms-Modus. Ja, das LTM hat jetzt sechs neue Aufträge rausgebracht. Zwei davon spiele ich. Eliminiere Gegner im Verlauf eines Matches. Drei Stück habe ich gemacht, damit ich meinen Ladebildschirm bekomme. Man braucht ja nur noch zwei Aufgaben lösen. Lege Distanz zurück, während du in der Luft bist. Habe ich auch gemacht. Füge Dooms auserwählten Schaden zu oder füge Gegnern als Dooms auserwählter Schaden zu. 400 Punkte. Sammle ein Arkanes-Artefakt als einer von Dooms Handlangern ein. Habe ich noch nie geschafft. Mache ich auch nicht. Eliminiere Gegner mit Sturmgewehren. Sieben Stück. Und als letztes erziele Kopfschüsse mit dem Jägerin-DMR, der Handkanone oder der Monarchenpistole bei Gegnern. Ja, mein Fokus liegt jetzt auf drei Gegnern in einem Match zu eliminieren und auf 1500 Meter zu schweben. Und ich bin jetzt in der Heldengruppe, genau. Also ich schwebe hier fleißig. Zieh und schwebe. Nehme hier den Superdump vor. Ja, von seinen Handlangen ist er natürlich der gefährlichste. Auf den geht es richtig ab. Und ich schwebe dabei noch natürlich gleich wieder. Lauf ab in die Luft und dann habe ich es auch gleich geschafft. Gleich 1500 Meter weit. Ja, da ist er. Der nächste Auftrag. Noch ein Auftrag. Das mache ich jetzt auch mit den drei Gegnern eliminieren, ne? In einem Match. Als Held. Werde ich auch machen. Ich muss ihn nur finden. Da, da rennt einer rum. Okay. Hab ihn. Und weiter den zweiten. Da ist nur einer. Hier landet einer. Ja, Pech gehabt. Wir sind zu zweit. Und da unten ganz vereinzelt. Der schießt mit der Rotwind auf mich. Aber Schuris-Krallen sind besser. So, das war der nächste Auftrag. Zwei Aufträge. Das reicht schon. Ja, um den Ladebildschirm zu bekommen. Da wird er freigeschaltet, ne? Tag des Blooms Aufträge. Das ist Schalverine. Nanamantium Schalverine. Ja. Also, klar. Ich kann noch hier Schaden zufügen. Den Außerwählten. Mache ich auch noch. Das Match zu Ende spielen. Warum denn nicht? Tja, das ist der letzte. Und dann bleibt noch der Dinn übrig. Yay. Ja, das hat bei mir irgendwie nicht weitergezählt. Bei 330 stinken die mit dem Schaden. Aber wir haben das Universum gerettet. Oh, cool. Was sind wir doch für Helden? So, da. Auftragserledigung. Lege Distanz zurück. Und eliminiere Gegner. Die beiden Aufträge. Darum ging es mir. Und jetzt gibt es das. Nanamantium Wut. Den Ladebildschirm. Lasst uns einen bananigen, naja, Tag machen oder so. Okay. Ja, die anderen Aufträge habe ich nicht gemacht. Die letzten vier lasse ich einfach offen. Die brauche ich nicht. Ich habe meine Belohnung. Ich hoffe, ihr seid auch erfolgreich. Dienstag sind die rausgekommen. Bei mir ist es jetzt am Freitag soweit. Egal. Ich wünsche euch was. Sage ciao.